So, ich habe hier zwei Smartphones. Mit dem einen rufe ich das andere an. Wir gucken uns an, was passiert. Klar, der Anruf geht durch. Jetzt wiederholen wir den Anruf. Dieses Mal ist das Smartphone im Drucker No-Signal-Sleeve. Wieder gucken wir uns an, was passiert. Wir merken, es dauert schon mal deutlich länger. Das Signal vom Smartphone in dem No-Signal-Sleeve wird komplett geblockt.